Wie sieht eigentlich meine Wohnung hier in Paris aus? Ich kriege eine Wohnung von Moulin Rouge in Paris hier gestellt. Die ist nur einige Minuten weg vom Moulin Rouge, also wirklich nur zwei Minuten zu Fuß. Und ich kriege die in der Zeit, wo ich hier unter Vertrag bin. Jetzt ist es bis Ende August, kann ich hier wohnen und machen, was ich möchte. Und normalerweise sind Engagements immer verbunden mit einer Wohnung oder mit einem Hotel, was total toll ist, denn eine Wohnung in Paris zu finden, ist unglaublich schwierig.